Neue Mobilitätskonzepte. Vernetzt, automatisiert, innovativ. Das sind die FZI Shuttles. Die FZI Shuttles dienen als Demonstrations- und Forschungsplattform. Sie fahren automatisiert, ohne auf eine virtuelle Schiene angewiesen zu sein. Die 360-Grad-LIDA-Scanner liefern eine direkte 3D-Repräsentation. Mit den FZI Shuttles Anna und Ella können Flottenbetriebe erforscht werden. Ausgebildetes Sicherheitspersonal überwacht die automatisierten Fahrfunktionen jederzeit. Ohne die virtuelle Schiene können Sie selbstständig Hindernissen ausweichen. Eingriffe des Sicherheitspersonals sind hierfür nicht notwendig. Die Demonstrationen und Forschungsarbeiten finden im öffentlichen Straßenverkehr statt. Die FZI Shuttles können im alltäglichen Verkehr mitschwimmen. Hierbei spielt auch die Höchstgeschwindigkeit von 20 kmh pro Stunde eine wichtige Rolle. Das Streckennetz erstreckt sich über 16 km. Eine Straßenbahnhaltestelle bietet die optimale Schnittstelle zwischen ÖPNV und FZI Shuttles. Mit der Fahrfunktion kann beispielsweise ein On-Demand-Betrieb etabliert werden. Die intelligenten Fußgängerüberwege senden Zusatzinformationen an die FZI Shuttles. Die engen Seitenstraßen stellen eine besondere Herausforderung an Automation und Sicherheitskonzept. Die engen Seitenstraßen und die Expertifalle anbliert werden. Die geschlechter werden die anche das Schiene-Wahne von FZI Shuttles. Mit der rückwärten die in der Zeit erscheinen und sicherlich. Eingriffe des Schiene-Wahne der mit der Hochs-Wahne desес-Wahne des Jahres her. Deine Draht wird der